Neue Liebe, weiß Saras Sohn Alessio über Robto Bescheid? Sie versteckt ihn nicht – auch nicht vor ihrer Familie! Anfang Juni machte Sarah Lombardi ihre Beziehung zu Robto offiziell – da war die Sängerin schon ein halbes Jahr glücklich mit ihrem neuen Schatz. Saras Familie und Freunde waren zu dem Zeitpunkt längst informiert. Doch wie hat die 25-jährige ihrem Sohnemann Alessio beigebracht, dass sie nun einen neuen Partner hat? Im Gala-Interview verriet Sarah, dass sie ihrem Sohn nicht etwa als Kumpel, sondern gleich als den Mann an ihrer Seite vorgestellt habe. Alessio ist mein Sohn. Alle Menschen, die ich gern habe oder die mir nahe stehen, lernen natürlich auch Alessio kennen. Das ist etwas ganz Natürliches und Normales, erklärte die genau hier Interpretin. Der Medienbranke, in der Sarah arbeitet, wird ihr Liebster wohl auch weiterhin fernbleiben. . Denn, so sagte Sarah vor kurzem in einem Promiflass-Interview, er sei eine private Person, die sich lieber im Hintergrund halten möchte. . 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